Ja und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Shellshock Live. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß. Ja komm her, komm her, wenn ihr euch traut, guck. Ich bin Panzer, traut euch doch. Das Problem ist, sie sind auch Panzer. Ich weiß. Oh, ich hab zweimal Tontome. Und die haben zwei Luftschläge. Zwei verschiedene, oh, auch noch Stufe 2. Oh, was habt ihr, was haben die gegen dich? Weiß ich nicht. Wir werden es niemals herausfinden. Meinst du, ich treffe so mit... Ja, ne, das... Ja, doch, ich denke so. Wind mit einberechnen und go! Ich hoffe einfach mal, dass ich treffe. Ah, kacke. Junge! Okay, doch, mehr Kraft hinterstecken, gut. Der kam genau zu mir zurück! Das war ja keine Absicht. Und der hat auch noch diese Rakete. Eine OP-Waffe. Wenn man es genau nimmt. Ich muss jetzt mit derselben Schusskraft eigentlich dort treffen. 60 diesmal! Niemand kann meinen Namen richtig aussprechen. Wieso? Ja, der hat auch das C vergessen. Achso. Ich liege an dir! So wurde es geblitzt, Dings. Ich hatte noch ein paar gute Waffen, falls du die haben willst. Ich mach mich einmal auf den Weg darüber. Toll! Los! Ich nehm den Safe-Damage mit der Drohne mit. Ich weiß nicht, ob ich so treffe mit dem Wind und allem. Oh, ja, der hat ja auch. Er macht's mir gleich. So, jetzt kannst du dir die Waffen gönnen und dich wieder verziehen. Wo dir die Kiste da rechts? Das war der Plan, aber ich komm nicht weiter. Uh, die Waffe... Ich treffe den Typen da hinten nicht. Weißbrot! Weißbrot? Ach, du hast die Geister-Gebos geschickt. Ah, kacke. Ja, die Geister. Geister, 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 Weißbrot. Das Spongebob-Meme. Ich bin schon tot. Wirf die! Ich weiß nicht, ob ich die treffe. Aus der Reichweite mit der Mega-Atombombe. Halt einfach volle Lütsche zu denen drauf! Nur ein bisschen höher. So? Ja. Go! Die hat eine sehr hohe Reichweite. Ich mach mal den Berg weg, ne? Ne, Atombombe hat eine richtig riesige Reichweite. Okay. Oh, na, vor allem auch sehr reichweite. Ist aber eine schlechte Idee. Beweg dich von dem Berg runter. Der kann straight auf dich schießen. Versuch's jetzt, äh... Ich dachte schon, du würdest einen Trickshot versuchen. Ich glaube, ich hab das zu stark gefeuert. Ja, zu stark. Ja, mach nie auf 100. Es war auf 98. Also, du musst mindestens auf 80 runtergehen. Mindestens. Vielleicht sogar 70. Das ist viel zu weit. Was ist das? Ein Spalter. Ne, das andere war ein Schatten. Wie mal diese Dussel. Ich verschieße mal das, was ich nicht kenne. Treibsand. Ah, noch ein Stückchen runter. Was ist denn runtergeschossen? Noch ein Stückchen runterschrauben. Kosmischer Ritz. Schwarzes Loch. Nein. Autsch. Warum stehe ich immer so behindert? Was hab ich für Waffen gerade? Mini-Pringer. Och, können die sich nicht ein bisschen weiter zusammenstellen. Ich hab ne Sniper. Ich hab Finale. Das war komplett daneben geschossen. Ja, die Arquete rausgeschossen. Das ist ein, äh, Safe-It-Item. So, ich hol mir den Safe-Damage. Ist mir scheißegal. Ich will Safe-Damage. Ich will die Drohne vor allem nicht mal upgraden. Ich geh auf Daniel. Mit Dornen oder lieber mit Sniper? Äh, Sniper. Oh, verdammt. Ich hab, ich hab den. Äh, ja. Ich will vielleicht zuerst mit Blumen mal reinschießen, um zu gucken, ob das überhaupt treffen würde. Ich hab's geschrieben, ich konnte sie nicht aussprechen. Das muss ich mich hier zensieren. So, ich hoffe, das trifft. Der hat da irgendein komisches Teil, was ich drüber... Das ist doof. Warte, so müsste das eigentlich safe treffen. Hier kommt die Schutschuhbahn. Warte, lass mir das. Ich hab' gerade eine Finale. Die sind super drauf. Oh, wie schön. 160. Nice. Ich hab' jetzt schon fast 400 gemacht. Ach, wunderschön. Der will den safe hat. Die bauen, dass die treffen halt safe. Und du lebst immer noch. Ich lebe noch. Du kriegst den down. Mindestens 60 musst du machen. Also, was hab' ich denn so? Ich hab' einen Mond. Ich kann einen Mond direkt auf ihn drauf schießen. Zieh' ein bisschen runter bei ihm. Dabei. Also, ein bisschen runter? Ein bisschen... Du musst dabei nach unten ziehen. Der fliegt ja volle Kanäle nach unten dabei. Ich schieße jetzt erst mal eine Katze, um den Weg zu Nekoma zu finden. Nach unten. Nicht direkt auf ihn drauf. So? Mindestens da, wo der kleine Hügel ist. Oh, okay. Ich hab' mit der Katze getroffen. Ja. Mau. Das ist kratztastisch. Okay. Ich sag' dazu nix. Ich kotze mich verkneifen. Es tut mir leid. Ich schäme mich selber dafür. Ich hoffe, ich treffe einfach. Warte mal. Äh. 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 Schön. Berechnet. Nicht eins kann da mit dem Treibsatz umgehen. Warte, die kriegt er zurück. Ist die Koma überhaupt deutsch? Ja. Okay. Oh, Kritt. Du hast sogar Kritt gemacht. Ich hab nur gesagt, ich krieg' den zurück. Ja, ich... Ja, ich auch nicht. Oh. Das hat ihn gerade gerettet. Was hat ihn gerettet? Der Teleport hat ihn so gerettet. Der wäre jetzt voll auseinandergenommen worden von seinem eigenen Item. Was versuchst du jetzt? Bitte versuch' den Trickshot. Ich versuch' den Trickshot des Jahrhunderts wahrscheinlich. Oh Gott. Das wird doch nix. Das wird doch nix. Nö. Nicht wegen dem Wind wird nix. Verdammt. Bei der Geschwindigkeit war's egal. Ja, aber dann wär die nach rechts gegangen. Wenn die nach rechts gegangen wär, dann wär das Teil auch nach rechts und dann wär das funktioniert. Au. Was war das? Das? Das war Blitzy. Das war Blitzdingzy. Achso. Fast. Na, zumindest ein bisschen Damage. Oh, der ist genau reingefahren. Jetzt bitte kein starker Wind. Danke, Spiel. Das ist genau das Gegenteil von dem, was ich erwünscht habe. Na ja, du hast starken Wind, aber in seine Richtung. Ja, deswegen hab ich fliegendes V geschickt. Das trifft safe. Und V steht für Victory. So. Äh. Nee, warte. Aber der mit uns ist Portal-Treffer? Ich hab nix, was ihn one-hitted. Aber was ich machen kann... ...mir das Ding holen. Homing Missile? Was ist Homing Missile? Das, was mich grad eben fast gewonnen hat. Oh. Und sie suchen das Item. Das kann ich einfach hochschießen und es trifft ihn. Ach so. Warte. Du wirst satanisiert. Ich hab ihn gefragt, ob er noch letzte Worte hat. Das kann nur lustig sein. Eine Waffe. Wir haben stets eine Waffe. Wir können uns nicht aussuchen, welche Waffe wir haben. Das kann nur lustig sein. Haben wir die zufällig, oder? Die wird absolut zufällig sein. Das kann nur lustig werden. Und das war eine neue, oder? Über die ganze Runde verteilt. Immer und immer wieder eine neue. Oh, das ist interessant. Wo man dem auskommt, was du kriegst. Wenn du auf Waffen gehst, ist das auch. Ja. God Ray. Aber ich hab auch God Ray. Ja, okay. Du musst das schießen, was du hast. Attacke. Keine Sorge, du kriegst keine Erdbeben. Das ist ja schon mal gut, weil mit Erdbeben kann man nichts mehr machen dann. Ich hab die Sinn groß. Und natürlich wieder ein... Best of free. Feuer frei! So, was hab ich als nächstes? Du hast jetzt nicht auch Flamme, oder? Wirklich jede Runde unterschieden. Oh, es ist wirklich komplett immer unterschiedlich, was man hat. Ja, trifft dich selbst. Nee. Schade, das wäre jetzt lustig gewesen. Ja, los. Ich hab ein bisschen Wind. Oh, das ist eh kracht. Ich mach den Wind die nächste Runde aus. Ja. Ja. Das wäre angenehm. Hehehe. Oh. Ich hab die Splittergranate. Müsste treffen. Nein. Boah. Kann noch treffen. Boah. Hast du ein Schwein gehabt. Das war Können. Ich weiß nicht, was du gesehen haben willst. Wieso? Weil das eindeutig Können war. Nein, ich wollte die Bande nicht treffen. Korrigieren wir noch ein bisschen. Und... Und go. Verdammt. Kommt ja nochmal zurück. Scheiße. Wir machen mal ein Best-off-Five draus. Mann. Und das donige Comeback. Na dann, let's go. Oh, ich hab ne M4 als nächstes. Wenn ich nicht Strike draufballern kann, hab ich schon verloren. Ich hab meine neue Waffe. Na, der Spitzen. Das ging so knapp vorbei. So, du kannst auch versuchen, mich zu treffen. Weil dafür kriegst du Punkte. Krieg ich jetzt Punkte auf meine Drohne oder auf den Dreiball? Auf den Dreiball. Hm, okay. Hähnchen! Kuppi! Wo waren das Kuppis? Das war ein Hähnchen. Ich würd's nicht versuchen. Du triffst mich so nicht. Kaulquappen. Tschüss, der Frische. Nein, das sind Kaulquappen. Ja, Spiel! Boah. Nie, war berechnet. Der Felsbrocken, der hilft nämlich ein bisschen hin und her. Ich hatte aber eingeschoben, die Idee, das in das Loch zu werfen. Das wird nix. Ich kann auch 3 zu 0 gewinnen. Wolltest du unbedingt einen Graben zwischen uns ziehen? Ja. So, wenigstens kriegt die Waffe auch noch ein bisschen was. Was war das denn für eine Waffe? Das war der Bauderer. Der was? Der Bauderer. Achso. Disco Pogo! Nee. Ja, doch. Atte, ich treff dich safe. Was ist es? Ah, die Kreissäge. Das wird immer schöner und schöner, ne? Ich kann nicht mehr so weit fahren, dann lass ich es am besten. Please hit it. Spiel! Oh, das ist hart. Ping! Spiel! Nee, für dich ist es leichter als für mich. Es geht sogar. Jetzt schießt er schon mit einem Twigshot raus. Alles geplant. Das Ding wird immer kleiner, ne? Da kommst du nicht über. Du würdest da unten stecken bleiben. Na, kacke. Leute, ich hab mich zurückgebackt. Ja, komm. Hol's dir. Ich will das bitte nicht falsch berechnet haben. Fuck! Aha, wunderschön. Ja, Leute, das war's mit dieser Runde Schellschock. Ich hoffe, ihr habt es schon zu sehen. Wenn ja, ihr kennt den Drill. Abon, Like, Dallas, und wir sehen uns zum nächsten Mal. Das ist gerade nicht passiert. Das ist 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 passiert.